Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zur Mathematik, heute mit den Relationen, auch im Kapitel der Abbildung und Relation. Und ja, wir machen uns heute erstmal an die Definition einer Relation dran, die ein wenig, sagen wir, abstrakt sein kann. Ich habe am Ende zwei Beispiele reingebaut, damit man sich vielleicht was drunter vorstellen kann. Aber grundsätzlich baut alles erstmal auf dieser Definition von Relationen auf. Und wir schauen uns dann in den folgenden Videos noch Dinge an, warum wir diese Relationen eigentlich überhaupt brauchen. Nochmal ganz kurz als Reminder, die Beweise kommen noch nicht und dementsprechend kann ich euch auch noch nicht die Sätze unbedingt zeigen, weil wir die Beweistechniken einfach noch nicht haben. Das heißt, ich mache jetzt hier gerade Grundlagenarbeit und wir bauen darauf immer weiter auf. Okay, fangen wir an. Eine Relation, wir definieren das ganze Ding, brauchen wir erstmal eine Menge zu. Das ist die Menge A, die wir hier drüben schon haben und wir nennen dann eine Relation eine Teilmenge aus A, X, A. Ja, das heißt, wir kombinieren A mit sich selber. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, bei den Funktionen war das eigentlich schon eine Abbildung von A nach B. Das heißt, wir gehen von der einen Menge in die andere Menge, die auch dieselbe Menge sein kann. Eine Relation ist eben hier direkt zwei Elemente miteinander verknüpft. Das hat sehr viele Ähnlichkeiten, aber wir bekommen hier direkt einen Zusammenhang daraus. Wir können nicht eindeutig sagen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine 1 haben. Oh, das ist der Stift, den wollte ich gar nicht. Ich wollte den Laserpointer. Wenn wir hier die 1 mit der 3 verknüpfen, dass dann die 1 nicht mehr mit der 4 verknüpft sein kann. Das würde theoretisch auch noch gehen. Das schließen wir hier nicht aus. Dementsprechend können wir daraus jetzt keine weiteren Eigenschaften ableiten direkt, aber wir können sie natürlich dann voraussetzen irgendwann. Okay, und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben dann am Ende zwei Elemente innerhalb A und die verknüpfen wir miteinander. Und ihr kennt das Ganze schon als eine Tupel-Schreibweise. Das heißt, wir schreiben sowas wie A, B und A, B ist jetzt Element von unserer Relation. Das bedeutet, A ist Element A, B ist Element A und A, B ist Element AXA und unsere Relation R ist eine Teilmenge von AXA. Das heißt, wenn A, B in R sind, dann gilt im Endeffekt, dass die Teil dieser Relation sind. Das heißt, wir haben zwei Elemente in unserer Relation drin. Ihr seht, das ist ein bisschen was anderes als eine Abbildung, aber sehr, sehr ähnlich natürlich. Und, ähm, naja, wir schreiben das meistens ungerne als Tupel. Wir können es als Tupel schreiben, müssen wir aber nicht. Wir schreiben meistens A, Schlange R, B. Ja, ähm, das sieht komplett bescheuert aus. Deswegen machen wir das selten. Und normalerweise schreiben wir, wenn eine Relation eindeutig ist, einfach A, Schlange B. Das heißt, A steht in Relation zu B, zu eben dieser Relation, die wir uns definiert haben. Wenn wir nicht wissen, welche Relation gemeint ist, dann müssen wir es angeben in diesem Index. Und der Index wird dann auf das Zeichen draufgeklebt, quasi. Das ist ein bisschen doof, aber, ähm, es funktioniert. Und es ist ein, ein Workaround sozusagen. Aber meistens ist die Relation sowieso eindeutig. Deswegen können wir das einfach so schreiben mit A, Schlange B und dann ist das auch in Ordnung. So, jetzt habe ich euch Beispiele versprochen, weil so abstrakt wie das ganze Ding ist, können wir wenig damit anfangen. Ähm, ein Beispiel dafür wäre, und jetzt muss ich da sagen, das vereinfacht natürlich die Realität, wie sie ist. Aber wenn wir uns die Menge aller Menschen M ansehen, dann können wir darauf eine Relation bauen, die die Menge aller Eltern erfassen möchte. Und diese Relation M ist dann natürlich Teilmenge von MxM. Weil wir normalerweise zwei Elternteile brauchen für eine klassische Erzeugung eines Babys. Ähm, wie gesagt, das vereinfacht die Realität ein bisschen, soll nur als mathematisches Beispiel dienen. Und wir sehen hier dann natürlich auch, dass R eine Teilmenge von MxM sein muss, weil nicht jeder ist Teilmenge aller Eltern, also Teilmenge von Eltern. Das heißt, ähm, ich zum Beispiel habe keine Kinder, noch nicht, ähm, und bin dementsprechend noch nicht Bestandteil dieser Relation R. Ich bin aber durchaus Bestandteil aller Menschen, also ich bin Element innerhalb der Menge, deswegen ist R nur eine Teilmenge von MxM. Noch abstrakt oder noch direkter gesprochen, ähm, man kann natürlich mit mehreren Menschen ein Kind haben, so quasi ein Mensch mit fünf anderen, ja, dann hat man fünf Kinder. Aber trotzdem ist das nur eine Teilmenge von MxM, weil wenn wir wirklich komplett MxM drin haben wollen würden, dann müsste jeder Mensch mit jedem Menschen ein Kind gemacht haben. Von allen, die leben, von allen, die gelebt haben und so weiter und so fort. Ihr versteht, dass das schwierig wird. Dementsprechend ist R eben nur eine Teilmenge von MxM, ja, das kann Ausmaße annehmen, wenn man da sagt, ich hätte ganz gerne wirklich die komplette Relation da drauf. Ähm, man kann das aber durchaus machen, wenn man zum Beispiel sich wirklich aus allem was definieren möchte. Ähm, das geht auch. Man kann sich zum Beispiel Relation definieren, wie man, ja, wie man gerade lustig ist. Größer als Relation ist auch eine Relation, die kennt ihr vielleicht. Und die ist unser nächstes Beispiel. Das bedeutet, wenn wir uns zum Beispiel hier die Größe als Relation ansehen, dann haben wir hier eine Relation mit einem gewissen Zeichen definiert, das dürfen wir theoretisch auch machen. Und zwar so definiert, dass wir zwei Zahlen A und B innerhalb der reellen Zahlen R und R definiert haben. Also zwei reelle Zahlen. A ist eine reelle Zahl, also 0,2 oder sowas. Und B ist eine reelle Zahl, ähm, minus 0,5482. So was. So, dann ist A größer als B und dementsprechend gilt diese Relation. Dann sind die dabei, ja, dann sind die in dieser Relation drin. Und zwar eben für diese größer als Relation. Dadurch kann ich mir die überhaupt erst definieren. Und davor hatte ich mathematisch gesehen noch gar keine Möglichkeit, mir solche Relationen wie größer als oder kleiner als oder größer gleich, kleiner gleich, sowas überhaupt zu definieren. Ja, okay. Das heißt, ich kann hier wirklich, ähm, mich austoben. Ich hab die Freiheit, meine Relation so zu ersetzen, wie ich das möchte. Und normalerweise setzen wir Relationen immer so, wie uns das gerade in den Kram passt. Ja, das kann man vielleicht grob sagen. Ähm, wir wollen uns eine Relation so holen, dass sie uns am Ende für einen Beweis dient oder für eine Aufgabe dient. Und wir definieren das Ding so, wie wir es eben gerade brauchen. Wenn ich überprüfen möchte, ob zwei Zahlen größer sind als eine dritte zum Beispiel, dann brauche ich keine Relation, die kleiner als definiert. Oder ich brauche meine Relation Mensch zum Beispiel nicht, ja. Oder Menge aller Eltern oder sowas. Brauche ich dann einfach alles nicht. Und eine, ähm, solche Relation kann ich dann aber durchaus anfertigen, wenn ich einen anderen Beweis zum Beispiel brauche. Genau. Das ist so der Hintergrund davon. Das heißt, wir werden die noch häufiger mal sehen. Ähm, und auch hier nochmal kurz gesagt, M ist nicht unbedingt eine Menge, die auf Zahlen beschränkt ist. In einem, einer Menge kann alles drinstecken. Die Menge aller Menschen ist ja auch keine Menge an Zahlen. Gut. Damit, ähm, was ist für heute? Wir schauen uns nächstes Mal einige Eigenschaften von Relationen an. Und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.